Jo, Forschung ist gleich, endlich fertig. Dann können wir die Kisten bauen. Und dann fliegen die ersten Roboter. Da habe ich übrigens im Zeitraffer noch fünf weitere gebaut. Wir haben also jetzt sechs Stück drin. Ist nicht so die Welt, zumal die auch ziemlich langsam sein dürften. Aber es ist ein Anfang. So, wir können die Kisten bauen. Schön, was hätte ich jetzt gerne erforscht? Die Dinger hier. Jupp, Research. So, und es fliegt noch kein Roboter, weil keine Kiste da ist. Bau mir bitte fünf Kisten davon. Fünf Kisten davon. Und ich werde Stahl brauchen. Wovon hier nichts drin ist. Und wovon wir nicht so wirklich viel herstellen können. Also während gleich die Produktion weitergeht. Weil ich werde viel mehr Roboter bauen müssen. Sollte ich mich darum kümmern, dass das ganze Eisen hier abgebaut wird. Was echt problematisch ist, weil wir halt nicht mehr so viel haben. Aber ja, muss gemacht werden. So, eine Requester-Chest. Hätte ich gerne hier für den kürzesten Flug der Welt. Du hättest gerne Draht. Du hättest gerne Eisenplatten. Und die Beschränkung muss aufgehoben werden. Und tatatata. Ah, kriechen unsere ersten Roboter. Die sind so dermaßen langsam. Und sie können nur eine Einheit tragen. Aber es ist ein Anfang. So, du machst da noch eine hin. Damit da Eisenplatten abgeholt werden können. Und grüne Chips kommen wohin? Ich denke mal, das Wichtigste ist erstmal die Abdeckung von den Tränken hier. Das heißt, du kriegst da... Du hättest gerne 10 grüne. Du hättest gerne Eisenzahnräder. 50 Stück. Und Fließbänder waren das, glaube ich, das letzte. Fließbänder. Ne, Quatsch. Eisenplatten, Chips, Zahnräder. Eisenplatten. 50 Eisenplatten. Aufheben. Nix mehr von da holen. Also ja, doch eigentlich... Haben wir noch roten Draht? Bauen wir mal noch einen roten Draht. Versuchen wir, die Roboter so ein bisschen zu entlasten. Bauen wir bitte ein gigantes Ärmchen. Nimm mal die Eisenplatten da raus. Mach den da hin. Verbinde den mit da und den mit da. Und du nimmst bitte Eisenplatten, wenn die Kiste da weniger Eisenplatten hat als 10. Das heißt, wenn ich die jetzt rausnehme, müsste er sich welche schnappen. Ja, und sobald 10 drin sind, vielleicht muss ich keine mehr. Okay. Dadurch müssen die Roboter jetzt schon mal einen Flug weniger machen. Ist doch okay. Ich weiß nur gar nicht, ob ich die Verkabelung so in dem Sinne brauche. Das gucke ich mir gleich nochmal genauer an. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein gigantes Ärmchen nehme. Das hier hin packe. Kann ich das jetzt schon machen? Oh, okay. Aber der guckt halt nur ins Netzwerk und nicht in die Kiste da direkt. Ja. Also brauche ich doch weiter die roten Kabel. Da und da. Da und da. Du tust bitte Eisen rein. Wenn bei Redwire Eisen kleiner als 10 ist. Energy Shield Equipment? Was? Achso. Ich habe mich verklickt. Gut, wir haben jetzt die besseren Furnace. Ich könnte gleich die nächst besseren Furnace bauen. Würde nur grüne und rote kosten. Aber ich denke, ich gehe lieber erstmal in Richtung Military weiter. Military 3 brauche ich dann auch schon wieder 50. Hätte aber schon mal in die Conventschart gegangen. Und ja, das muss ich machen. Ich muss bald Basen töten. So, rote Tränke werden schon weniger. Du hättest gerne... Und das brauchst du alles? Warum habe ich gesagt, dass du Eisen brauchst? Du brauchst Kupfer, wenn Kupfer weniger ist. Warum? Warum? Ja, so kann man Eis natürlich auch verballern. Ich wundere mich schon, wo das ganze Eisen bleibt. Okay, Kupfer da rein, Steinzahnräder da rein. Steinzahnräder kannst du ruhig einfliegen lassen. Jungs. Lass mich... Lass mal kurz die Forschungstränge da aufbauen. Du... Da... Es gibt viel... Oh Gott. Machst du. 40... Alles gut. So, das kommt, das kommt, das kommt. Du, was fehlt dir? Du brauchst unbedingt in Blauküste. Du brauchst Fließbänder und die normalen Älmchen. Fließbänder. Älmchen. Normal. Aber nur, sagen wir mal, 20 jeweils, damit sie nicht zu viel hier puffern müssen, die armen Roboter. Genau, jetzt arbeitest du auch schon. Sehr gut. Aus dir machen wir eine Provider-Chest. Du brauchst nur Eisen. Oh, Steinzahnräder. Äh... Ich hole mal kurz ein Stack Steinzahnräder ab, das hält eine Weile. Nimm, 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 da... Ein Stack für dich. Und ein Stack da versteckt. Ist jetzt nicht automatisiert und so, aber das sollte eine Weile halten, das ist okay. Und ich kann die Roboter echt nicht überfordern, sonst läuft hier später gar nichts mehr. Forschen tue ich erstmal nicht, solange bis das sich nicht wiederholt hat und wir auch ein paar blaue Tränke haben. Dafür bräuchten wir mehr rote Chips. Dafür bräuchten wir mehr grüne Chips. Oh, das sieht aber gut aus. Okay. Was wir eventuell bräuchten, wäre noch eine Drahtfabrik und noch eine grüne Chipfabrik. Aber ich muss vorsichtig mit meinen Ressourcen gerade sein. Ähm... Ja... Ich brauche Stahl. Mach mal hier. Da und da. Und da. Ich wollte auch noch mehr Eisen abbauen, wobei... Das geht mit dem Eisen. Ich hätte halt übersehen, dass in der einen Giste tierisch viel zwischengelagert wurde, was jetzt nicht so schön ist. Bauen wir mal davon vier Stück. Es fehlen Batterien. Ja, ich habe die Capacitors dabei. Die, die ich an dem Mountain Hub hole, nochmal Fuel Blocks und so weiter und so weiter. Das würde ich auch ganz gerne später automatisieren. Aber später, wenn wir jetzt hier noch ein Roboport hinbauen und das alles hin und her fliegen lassen. Der Weg allein für diese lahmen Roboter, das wäre... Nee. Nicht zumutbar. Absolut nicht zumutbar. Du bekommst die da. Dann warte ich. Und du hast schon wieder kein Eisen? Du. Eisen, Eisen. So. Genau. Dann warte ich kurz hier, damit ich die Batterien bekomme, um mehr Robot Frames zu bauen. Ganz viele Robot Frames. 14 Roboter könnten wir jetzt theoretisch bauen, wenn wir die Frames hätten. Richtig. Oh. Rote Chips. Die vergesse ich irgendwie immer. Und einen Weak Capacitor selber bräuchten wir auch. Warte mal. Ich stimm jetzt hier mal kurz ein paar davon. So. Das heißt, rote Chips fehlen noch und die Frames. Okay. Du. Mehr Batterien. Zwei Batterien. Okay. So. Plastik brauchen wir nicht. Die da hatten wir schon, aber die werden richtig schnell nachproduziert. Und du brauchst Rohr. Schön. Dann können wir demnächst die neue, rote Engines abholen. Das ist auch gut. Und die Jungs sind am fliegen und verteilen alle schön. Das ist doch super. Immer noch nicht so top, aber das ist ein guter Anfang, finde ich. Nimm mir eine Menge Arbeit ab. Und es sollte mit jeder Folge mehr Schwung aufnehmen, weil mehr Roboter da sind. Deswegen Bausch. Hol erstmal die da ab. Genau. Mach das Ganze dezente einfacher. Gib mir Draht. Gib Draht. Gib das da. Hälfte geben wir dafür ab. 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 Das wird echt noch eine Weile ein Problem sein, denke ich. Wir haben ja noch nicht mal Grün und Rot richtig im Griff. Durchgehend. Was passiert das Problem? Du kriegst nicht schnell genug das Ganze. Ja. Hätten wir jetzt eine Substation. Da. Dann könnte ich hier noch ein Ärmchen machen, das auch noch drei reinlegt. So, wir müssen das aber erstmal kurz von Hand. Genau. Guck. Chips. Chip, 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 chip. So. Fünf neue Roboter. Fliegt. Ich glaube, das sollte ich mir so zum Ziel setzen. Mindestens fünf bis zehn neue Roboter pro Folge. Das wird dann recht schnell mehr. Und haut dann einigermaßen hin. Und vielleicht so alle drei Folgen ein Robopod mehr. Vor allem auch ein Robopod näher hier dran. Dazwischen vielleicht. Wäre ja Platz dafür. Dann können sie schneller aufladen. Ich könnte natürlich auch die Geschwindigkeit einmal erforschen. Aber das sind schon wieder 50 hellblaue Tränke. Und die habe ich jetzt erstmal nicht. Weil ich die Chips lieber für die Roboter benutze. Wobei, sind alle Roboter ausgelastet? Ja. Okay. Was für eine doofe Frage. Null von elf haben nichts zu tun. Das, ja. Helmet. Boah. Gimmi, 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 Chips. Abbrechen, abbrechen. Genau. Neubauen. Helmet. Requestorchist. Was hättest du gerne? Du hättest gerne Plastik, Chips und Kupfer. Draht. Plastik, Chips, Kupferdraht. Nicht in den Mengen. Zehn. Die sollen nicht so viel puffern. Das heißt, du bist jetzt auch durchgenommen am Arbeiten. Kriegst auch noch eine Provider-Chest. Du brauchst erstmal keine. Du bräuchtest eine, glaube ich. Wir hatten, glaube ich, irgendwo schon Auftrag für Eisenzahnräder. Genau. Werden auch gleich abgeholt. Guti, guti, guti. Du füllst dich auch langsam. Ja, doch, 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 doch. Das wird, das wird, das wird. Eine Fabrik bräuchten wir jetzt noch für, alsobald wir genau Roboter haben. Wir brauchen noch eine Fabrik für blaue Ärmchen, eine Fabrik für grüne Ärmchen. Dann könnten wir endlich die hellblauen Tränke komplett automatisieren. So, baue also zwei Fabriken, bitte. Hol dir vorher ein paar Eisenzahnräder ab, dann geht das schneller. Genau. Dann ist gleich der nächste Schwung. Fünf Roboter fertig. Wären für diese Folge dann schon zehn neue Roboter. Quote quasi erfüllt. Kisten bräuchten wir auch weiter. Dafür bräuchte ich wieder Stahl. Eisen sieht noch gut aus. Kupfer sieht noch gut aus, aber das eine Ding ist, glaube ich, jetzt leer. Ja, das Ding da ist tot. Das schiebe ich mal kurz rum. Weil wir werden jetzt immer, immer, immer mehr Kupfer verbrauchen. Weil wir jetzt ins Zeitalter eintreten mit grünen Chips, roten Chips und auch bald blauen Chips. Geht gut dahin. Achso, und die neuen Schmelzöfen. Die sollte ich auch gleich mal testen. So. Schmelzöfen. Da braucht zehn Stonebricks. Ja, machen wir gleich. Oh, warte. Da haben wir extra eine Anlage für. Fällt mir gerade ein. Gib her, gib her, gib her. Was ist euer Vorteil? Crafting Speed. Doppel so schnell. Verbraucht genauso viel Brennstoff. Jo, her damit, her damit, her damit. Wow, was? 55 Eisenplatten, 22 Kupferplatten und acht Stahl. Für einen verdammten Schmelzofen. Okay. Also ja, er lohnt sich. Aber das ist krass, wie teuer die Sachen geworden sind. Ne, gut. Die setze ich gleich hier hin, die anderen da hin und dann ist das mal gut. Da sind mir beiden grünen Chips doch ein bisschen zu wertvoll für sowas. Die brechen wir mal ab. Das heißt, Kupfer ist hier jetzt mit den Steel Furnace MK1 ausgerüstet. Eisen kommt nach und nach. Komm her, komm her, komm her. So. Ja, es läuft gleich wesentlich schneller. Schön, schön. Eisen ist okay. Roboter, Roboter freilassen. So. Und Kisten bauen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und wir haben keinen Stahl mehr. Verteilen mal die Eisenplatten. So. Wo welche Kisten jetzt noch hin? Erstmal Fabriken. Das war wichtig. Fabriken. Das war wichtig, ja. Wir hätten gerne eine Requestor Chest für die Fabrik und für die Fabrik. Dann hätten wir gerne Ärmchen rein und Ärmchen rein. Hässliche Stromverbindungen da und da. Du stellst her. Schnelle Ärmchen. Aus. Normalen Ärmchen, Eisenplatten und Chips. Aus. Eisenplatten. Normale Ärmchen. Und Chips. 10. 10. Ups. 20. So. Da müsstest du alles haben, was du brauchst. Dann kriegst du noch ein Ärmchen hier unten und legst das Ganze dann bitte da rein. Und der kommt hier. Das da hin. Du brauchst nur die blauen Ärmchen von oben und grünen Chips. Grüne Chips. Blaue Ärmchen. Nicht so viele. Und legst das Ganze bitte da rein. Genau. Damit müsste es jetzt komplett automatisiert sein. Nein, du hier oben hast noch keine Requester Chest und noch keine Provider Chest. Du brauchst eine Menge Zeug. Batterien und Stahl habe ich aber nicht automatisiert. Werde ich wohl auch erstmal nicht. Das heißt, es geht echt nur um die Ärmchen und um die roten Chips, richtig? Rote Chips. Genau. Rote Chips, Ärmchen. Rest muss ich immer vorrätig halten. Aber ist okay. Genau. Das kommt dann da rein. Und wir haben noch kein System für die hellblauen Tränke. Das heißt, wir müssten jetzt, wenn wir dann in der nächsten Folge wieder 5 bis 10 Roboter gebaut haben, irgendwo so eine Blüte aufstellen. So eine Forschungsblüte. Weil wir jetzt hier die Kiste haben dafür. Wobei wir noch keine großen Dinger Kisten haben, aber... Gucken wir dann. Also der Plan wäre dann, die Sachen hier abzureißen. Das wieder mit Provider Chest zu versehen. Denn irgendwo, wo Platz ist... Also hier zum Beispiel. Weil das wird ja nicht weiter ausgebaut. Das Forschungsding hinzustellen. Aber ich würde echt gerne die Substations bauen. Wie viele hellblaue Tränke haben wir jetzt? Zwei. Wir brauchen 100. Ja, nee. Gut. Also nächste Folge mehr Roboter bauen. Gucken, dass die Roboter auch alle ausgelastet sind. Weil momentan haben Roboter nichts zu tun. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Okay. Dann vielleicht doch in der nächsten Folge lieber erstmal einen zweiten Robopop bauen. Eventuell dahin setzen, damit sie schneller aufladen können. Eventuell aber auch schon da unten hin. Damit wir die Skynet-Sachen abholen können. Und Fuelblocks und sowas alles. Wobei das echt eine Höllenaufgabe ist, die Fuelbox von da nach da hinten zu schleppen. Und zwar durchgehend. Also bisher mache ich das ja. Aber für die armen, armen kleinen Roboter, die noch gar nichts schleppen können und so langsam sind. Muss ich mir bis nächste Folge überlegen. Also dann, bis gleich.